Wenn du 18, 19, 20 bist, dann hast du natürlich vieles im Kopf, aber nicht jetzt das Thema Ernährung, Gesundheit, sondern da bist du einfach Sturm und Drang und im Laufe meiner Karriere habe ich aber mit so vielen Experten auch schon Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, immer mal wieder reingeschnuppert, dass ich mich auch Stück für Stück in diese Thematik Ernährung hineingearbeitet habe und da auch das Bedürfnis hatte, das Wissen auch so ein bisschen weiterzugeben. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wen gibt es denn da, der mir dabei helfen kann. Und dann ist natürlich da Matthias der perfekte Match gewesen. Liebe Podcast-Gemeinde, heute haben wir hier eine Premiere. Heute begrüße ich nämlich nicht nur Dr. Matthias Riedl hier bei mir im Studio, sondern heute den Ernährungsprofi, sondern heute begrüßen wir auch einen Fußballprofi. Tja, die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben und ich begrüße ganz herzlich Thomas Müller in München, der uns zugeschaltet ist. Liebe Grüße. Moin Thomas. Willkommen, Herr Müller. Ich finde das ganz großartig. Ich habe zwar vom Fußball keine Ahnung, aber wir reden heute ja Gott sei Dank übers Essen mit unserem Nationalspieler seit kurzem wieder und 100-Star-Champions-Sieg habe ich gelesen. Egal, das ist nicht so wichtig. Die Einleitung war schon mal top. Das fühlt sich immer gut an, wenn man als Profi, Ernährungsprofi, Fußballprofi, das hört sich dann natürlich so an, als ob wir uns auskennen in unserem Bereich. Das ist ein super Kombi, oder? Das würde ich doch sagen. Also, Sie beide haben ein Buch geschrieben, was am 7. Oktober erscheint. Das heißt, Kochen für kleine und große Champions, spielend leicht gesund essen. Ich finde, das klingt total nach zwei Profis, aber einen Fußballprofi und einen Ernährungsprofi, den kriege ich jetzt nicht automatisch zusammen. Also, wer erklärt mir jetzt, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist? Willst du, Thomas? Ja, ich lege mal los. Also, ich glaube, Matthias ist ja schon länger in der Branche und beschäftigt sich ja natürlich seit seines Lebens eigentlich wahrscheinlich schon mit Gesundheit, mit Ernährung in seiner Praxis. Wahrscheinlich auch immer wieder trifft er ja täglich auch auf Beispiele, wo es vielleicht Verbesserungsoptimierungspotenziale gibt, bei den Menschen, die da zu ihm kommen. Und bei mir ist es natürlich auch so, im Fußballbereich geht es natürlich darum, unseren Körper bestmöglich in Shape zu bekommen. Also, das ist das eine, der Leistungssport. Und das andere ist natürlich auch, gesund zu sein. Je gesünder wir sind, desto mehr Spiele können wir machen, desto besser kann ich meinen Job ausführen und ausfüllen. Und wenn du 18, 19, 20 bist, dann hast du natürlich vieles im Kopf, aber nicht jetzt das Thema Ernährung, Gesundheit, sondern da bist du einfach Sturm und Drang. Und im Laufe meiner Karriere habe ich aber mit so vielen Experten auch schon Kontakt gehabt, zusammengearbeitet, immer mal wieder reingeschnuppert, dass ich mich auch Stück für Stück in diese Thematik Ernährung hineingearbeitet habe. und da auch das Bedürfnis hatte, das Wissen auch so ein bisschen weiterzugeben. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wen gibt es denn da, der mir dabei helfen kann. Und dann ist natürlich da Matthias der perfekte Match gewesen. Und dann haben wir uns mal zusammen telefoniert, uns kennengelernt und gesagt, so, das passt doch wie Arsch auf einmal und dann legen wir mal los. Ja, darf ich auch noch was sagen? Ja, und ich fand, ich habe mich auch gefreut, weil ich dachte, das Thema Ernährung, das müssen wir tatsächlich mehr in die Breite bekommen. Und wer ist dafür geeigneter als so ein Superstar wie du, Thomas? Und du auch noch ein super Beispiel dafür bist, dass du in deinem Alter echt eigentlich so, Thomas Müller und Verletzungen oder Spielpausen, das hat man nicht so. Und dabei ist es eigentlich eher, muss man sagen, im Leistungssport die Ausnahme. Und ich war gleich fasziniert von der Idee, weil du bist ja auch ein Idol für junge Fußballer, für Jungs. Und Jungs haben tatsächlich echt mit die schlechteste Ernährung noch schlechter als die von Mädchen. Und da müssen wir was tun zusammen. Und das fand ich, also ehrlich gesagt, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Und dann kam dann dein Call und dann dachte ich, Mensch, super, das trifft genau das, wo ich immer schon mal drüber nachgedacht habe. Also wir bemerken ja auch im Podcast, dass einfach der Dr. Riedel als Zugpferd so unglaublich hilfreich ist, weil er die Dinge so vermittelt, dass die Leute einfach gern zuhören und dann eins nach dem anderen eben auch gerne umsetzen. Insofern glaube ich, dem Thema Ernährung ist ein guter Dienst der Wiese. Wir erhoffen uns, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wir erhoffen uns, man merkt schon, ich habe da auch eine gewisse Energie dafür. Wir erhoffen uns natürlich davon schon, auch gerade durch die Kooperation mit der Verbindung aus bei mir kleiner Expertise, mit großer Expertise bei Matthias und natürlich auch nochmal mit meiner Reichweite bei den Fußballfans, gerade wie Matthias auch sagte, bei den jüngeren Fußballfans, bei den Kindern, bei den Eltern, die ja auch ihre Schwierigkeiten haben, ihre Kinder gesund in Anführungszeichen zu bekochen, zu ernähren. Weil ich sage mal, alles, was viel Zucker hat, das ist ja bei Kindern schon mal gern genommen. Das schmeckt dann wunderbar und die Eltern haben für eine Viertelstunde wieder ihre Ruhe. Aber wir wollen ja erstens mal Wissen verbreiten und dann auch Lösungen anbieten. Und da kommt natürlich vor allem auch Matthias ins Spiel mit seinen Kniffen und dieses Kochbuch, dass wir auch ein paar Dinge an die Hand geben, wie man es entspannter gestalten kann und einfach auch sich geschmackvoll besser ernähren kann. Und für mich selber war es auch super, das Buch gemeinsam mit Matthias zu machen, weil ich habe wieder was gelernt und auch einige Dinge schon bei mir in meinen Alltag integriert. Aber dazu vielleicht später noch. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Thomas, jetzt hast du richtig tief gestapelt, weil, also als wir uns in München kennengelernt haben, dann in der Küche quasi sozusagen, wir haben ja auch wieder was gedreht da zusammen, aber da habe ich eben festgestellt, ich war von Minute zu Minute begeisterter, weil du tatsächlich so ein wirklich gesundes Verständnis zum Essen hast, ohne dogmatisch zu sein, ohne jetzt irgendwie hysterisch in die eine oder andere Richtung zu gehen. Also relativ gelassen hast du die richtigen Entscheidungen getroffen und das finde ich so toll. Das hat mich nochmal, als wir uns da kennengelernt haben, nochmal so drin bestärkt, das hat ja wirklich der Himmel zusammengefügt, ja. Also auch wenn du jetzt so sagst, ja, ich habe ja noch nicht so, doch, 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 doch. Also deine Ernährung, da war ich richtig begeistert und du bist einfach ein super Role Model sozusagen für einen gesunden Leistungssportler, der auch als gutes Beispiel dastehen kann. Also ganz ehrlich, also da ist uns wirklich, das hat der Himmel zusammengefügt. Und ich habe ja schon mal in das Buch reingeschaut, es ist noch nicht im Handel, wie gesagt, es erscheint erst am 7. Oktober, aber es ist ja kein reines Kochbuch, sondern es gibt ja immer so verschiedene Kapitel, wo dann Tipps von Dr. Riedel und Tipps vom Fußballprofi kommen, von Thomas Müller. Genau. Wer mag denn vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das aufgebaut ist und was man dann wirklich so mitnehmen kann als Leser? Ja, ich wollte kurz einmal noch meine zwei wichtigsten Bausteine mitgeben. Was ich als am wichtigsten erachte, damit man es auch schafft, sich gesund zu ernähren, das ist einerseits das Bewusstsein, das Bewusstsein der Effekte. Was will ich erreichen? Es gibt ja auch manchmal Mahlzeiten im Laufe einer Woche, die sind, da haben wir eine gute Gesellschaft, da will man vielleicht auch Spaß haben, da will man vielleicht Priorität nur auf den Geschmack haben. Alles wunderbar und dann gibt es aber auch ganz viele Mahlzeiten, wo es darum geht, sich für einen Bürotag vielleicht fit zu machen, für die Schule sich fit zu machen. Also wo es eigentlich darum geht, vielleicht dem Effekt der Ernährung die höhere Bedeutung zu schenken als den Genuss, wenn man reinbeißt. Jetzt ist zwar unser Ziel auch, dass wir die Sachen, die gesund sind, auch geschmackvoll machen, aber wenn man sich überlegt und bewusst macht, es muss nicht alles immer gleich Weltklasse schmecken, wenn man was in seinen Speiseplan integriert, wenn man sich klar wird, dass das einem hilft und meistens spürt man es relativ schnell, dass es einem hilft. Und lieber habe ich mal vielleicht für zwei Sekunden einen Geschmack, der mir vielleicht noch fremd vorkommt und habe aber dann den ganzen Vormittag Power wie ein Ochse. Und wenn mir das klar wird und die Vorteile klar werden, ist das der eine Schritt. Und das zweite ist, dass es einem ja selbst auch so geht. Man muss es so einfach wie möglich gestalten, nicht kompliziert machen, damit es die Leute auch umsetzen können. Ich esse auch gern Gemüse, ich esse auch gerne Obst, aber wenn es nicht geschnitten da liegt, wenn man frisch einkaufen muss, wenn man irgendwo hinfahren muss, dann esse ich auch kein Obst und Gemüse oder zu wenig. Und dementsprechend müssen wir uns auch gut darauf vorbereiten und ein paar Tricks und wirklich Kniffe anwenden, damit es einfach für den, der am Ende das gute Zeug bekommen soll, auch einfach wird, das aufzunehmen. Also die zwei Sachen darf es nicht verkomplizieren. Genau, Thomas, da kann ich, das ist genau so. Du hast eigentlich fast schon den großen Bogen für das Buch zusammengefasst, weil die Studien sagen ganz genau das, was du da gerade sagst. Das eine geht erstmal darum zu verstehen, was macht denn die Ernährung mit mir, was du auch in deinem Leben erfahren hast, was es für positive Effekte hat. Und wenn man das weiß, kann man das gar nicht mehr ignorieren. Und dann, der Punkt ist aber auch Gelassenheit zu haben, nicht zu sagen, jetzt muss ich hier aber immer gesund und so weiter. Und das Dritte ist das Nudging, das, was ja die Supermärkte machen. Die haben ja dann so vorne an der Kasse, haben sie den ganzen Quengelkram da und so. Und dann hofft man, dass die hungrigen Kunden da schnell nochmal diesen Kram da reintun in den Einkaufswagen. Und das ist, wir müssen das gesunde Zeug zu Hause haben und auch mal tatsächlich, es muss im Kühlschrank sein, da muss auch mal Gemüse sein, kann ich auch mal eine Korotte essen. Wenn ich sie nicht habe, kann ich sie auch nicht essen. Und ich kann Nüsse rumstehen lassen zu Hause, aber keine Müsli-Riegel. Und am besten, ich kaufe die Goldbeeren, ne, Goldbeeren, das ist ja schon eine Marke. Nee, aber ich kaufe die Gummibärchen nicht. Gummibären sind unverdächtig, genau. Ja, und Gummibären sind unverdächtig. Und das ist genauso, das sagen auch die Studien. Also wir müssen uns ein bisschen Nudging machen, es muss rumliegen, es muss da sein, wir brauchen eine Grundausstattung und wir müssen auch wissen, wie toll die Effekte sind. Und Thomas hat das erlebt, Thomas macht das ganz bewusst. Thomas isst jetzt was Gesünderes, isst was mit Gemüse, was mit Ballaststoffen und fühlt sich dann anders. Und wenn man weiß, dass das eine Auswirkung haben kann auf die Psyche, auf die Leistung, nicht nur auf Muskelwachstum und auch auf die Regenerationsfähigkeit nach Sport, auch da wirkt sich die Ernährung positiv aus und die Leistung, die Leistungssteigerung. Und wer das einmal begriffen hat, so wie Thomas das lebt, der lässt davon nicht mehr los. Und das wollen wir in die Familien bringen, in die Nachwuchssportler, die Mädchen, die Jungs, in die Familien. Und darum geht es in dem Buch auch. Ein Beispiel, Matthias, habe ich von unseren Dreharbeiten, der Frühstücksshake mit den Bären. Sehr guter Tipp übrigens auch mit der TK-Ware, weil da sind wir eben auch wieder beim praxisbezogenen Tipp. Den verwende ich fast täglich. Ich sage mal, ich wechsle so ein bisschen ab mit einer anderen Variante. Aber der trägt mich den ganzen Vormittag, obwohl ich Fußballtraining habe. Eine Handvoll Nüsse muss ich ehrlicherweise sein. Gibt es bei mir auch noch mit dazu, ganz in der Früh. Und dann noch pfeffere ich mir noch zwei Löffel Olivenöl rein. Aber das ist einfach nur, das heißt, ich brauche für meine Frühstückszubereitung, brauche ich zehn Minuten. Also nichts Kompliziertes. Dann habe ich die Ballaststoffe drin, ich habe ja die Leinsamen drin, ich habe ein Eiweiß drin. Ich habe die Bären mit den Antioxidantien. Also man kann es sich, wenn man was rausfindet und wenn man auch ein bisschen Wissen anreichert, sich es auch einfach machen. Und das funktioniert bei mir zum Beispiel aktuell super. Ich brauche bis mittags nichts und habe volle Power. Da müsste man jetzt meinen Trainer fragen, ob er das genauso sieht. Aber ich glaube, im Moment wäre er zufrieden. Ich würde sagen, offenbar, vielleicht, Thomas, vielleicht bringen wir das jetzt mal mit deinem Tor gegen die Franzosen zusammen. Und die Wiederaufnahme da mal wieder in die Nationalelf. Absolut. Und du machst seit dem Dreh, wir haben das, glaube ich, im Frühling haben wir das zusammen gedreht, diesen Shake. Und seit der Zeit machst du das. Ich würde jetzt mal so behaupten, völlig unwissenschaftlich liegt es an dem Shake. Und wir haben auch ein Video dazu gedreht, das gibt es auch noch. Aber da ist eben Mandelmus drin, Beeren, Haferflocken. Und es ist nicht nur was, was viele eben auch zu sich nehmen, diese Eiweißshakes, wo wirklich nur Eiweiß drin ist und künstliche Vitamine, aber keine Ballaststoffe. Und auch eben keine Vitamine und Spurenelemente. Und das ist das sozusagen für dich, das ganz schnelle Kraftfrühstück. Und wer sagt, er hat morgens gar keine Zeit zum Frühstück, den kann man das einfach nur an die Hand legen. Und sagen noch dazu, kleiner Aufkleber auf diesen Shake, damit wird man Nationalspieler. Ja, gut, das ist, wenn es so leicht gehen würde, dann hätten wir bald einen ganz schön großen Kader. Ich glaube auch, das können sich als Produktenttäuschungen. Vorteil des Shakes ist aber auch noch, du kannst ihn sogar mit ins Auto nehmen und dann da trinken. Genau, du kannst ihn unterwegs trinken oder kannst ihn mitnehmen und dann vor Ort trinken, wenn er noch nicht Lust hat, morgens was zu essen. Aber ich mache das auch häufig, ich mache mir auch diesen Shake. Wir quatschen zu viel. Ich merke schon, ich komme ja eh nicht dazwischen. Aber wenn ich jetzt schon einen Champion da sitzen habe, der uns erklärt, wie er frühstückt, dann möchte ich jetzt auch wissen, was ist denn bei Ihnen so ein klassisches Mittagessen und was ist ein gesundes Abendessen, was Sie häufig essen? Das ist natürlich beim Mittagessen ein Riesenvorteil, dass natürlich bei uns beim Fußball der Mannschaftskoch kocht. Der Verein natürlich auch festgestellt hat, dass die Ernährung mit ein wichtiger Schlüssel ist, bevor man die Spieler in die weite Welt hinauslässt zum Junkfood und Co. Sondern bei uns gibt es natürlich die ganze Bandbreite Salatbuffet, Fisch, Fleisch, Gemüse, Nüsse. Wir haben immer Buffet nach dem Training und so weiter. Deswegen ist es da natürlich sehr einfach. Da kann ich jetzt kein großes Vorbild sein für Land und Leute, weil das ist natürlich schon ein außergewöhnlicher Service, den ich da genieße. Aber schaut denn da jemand drauf, wo Sie da hinlangen? Weil wenn Sie jetzt nur zum Fleisch gehen, dann... Eine gewisse Eigenverantwortung müssen wir uns schon auch noch zugestehen. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht. Jeder muss da schon, wie gesagt, dieses Bewusstsein auch selbst haben. Und ja, da greift man natürlich. Also was ich sagen muss, nach unserem Dreh, Matthias, und als du mir nochmal diese Zahl mit den 500 Gramm Gemüse am Tag, dass das eigentlich so ein bisschen auch dein Ziel ist und das, was gut wäre für einen, und auch mal durchwechseln, habe ich nochmal ein bisschen mehr drauf geachtet. Genau. Das ist auch so, das sagen mir auch viele Leute, die sagen, ja, eigentlich manches weiß ich, aber es ist gut, nochmal wieder daran erinnert zu werden. Das ist so. Und wir sind alle ein bisschen nachlässig, wenn wir unsere Gewohnheiten umstellen wollen. Das geht mir ja in anderen Sachen genauso. Mir hat gut gefallen, Herr Müller, dass Sie gesagt haben, manchmal geht es auch nicht nur um den Genuss, sondern da muss ich einfach mal schauen, was ist eigentlich gesund. Und der Genuss ist an anderer Stelle. Und da Sie ja in München sitzen und gerade die Wiesen läuft, interessiert mich natürlich schon, wenn Sie dann auf die Wiesen gehen, dann ist wahrscheinlich... Wenn man aufs Oktoberfest... Dann ist die Haxen das Richtige. Also ein Oktoberfest, die ganze Veranstaltung ist ja nur Spielspaß und Spannung. Da gibt es dann kein Gemüsebratling, sondern da gibt es Haxen oder Händel, oder was ist dann auf dem Speiseplan? Das lasse ich auf mich zukommen, aber da gehe ich jetzt nicht mit dem Kopf da ran und sage, also ich gehe auf jeden Fall auf Ochs... Und dann lasse ich so richtig krachen und dann lese ich die Speisekarten und schaue nur darauf, dass es besonders gesund ist. Sondern wenn ich aufs Oktoberfest gehe, dann sage ich, ich gehe da hin und habe Spaß. Und wenn was Gesundes dabei ist, was mir zusagt, dann nehme ich das. Und wenn es irgendein Gericht ist, das vielleicht jetzt nicht alle Varianten der großen Gruppen der Makronährstoffe abdeckt, dann nehmen wir es trotzdem. Also ich sage mal, selbst die ungesunden, ungesunderen Gerichte haben ja trotzdem auch einige Bausteine, die wir auch gebrauchen können. Herr Redel, Sie sagen ja auch immer, das ist in Ordnung. Ja, genau. Also Herr Müller sagt das ja auch. Ja, das mag ich eben auch an deiner Einstellung, Thomas. Und genau so ist das. Wir haben, was Essen angeht, immer noch so einen Dogmatismus. Da gibt es lauter Fronten und man muss und das ist nicht gesund, das esse ich nicht und so. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist gesund, das esse ich nicht. Also die dogmatisch ungesund Lebenden. Und das finde ich, und so ist das auch, Thomas. Also wenn der Tag mal, sage ich mal, ungesund abläuft, dann ist das egal. Ja, bloß wenn ich fünf Tage hintereinander ungesund esse, dann hat das Auswirkungen auf unsere Leistung. Sowohl das Immunsystem, auch die geistige Leistung, als auch die körperliche Leistung. Aber das machst du ja nicht. Du hast ja kein Fünf-Tages-Abo auf der Wiesn und feierst fünf Tage durch. Aber selbst wenn ich mir jetzt ein Fünf-Tages-Abo reinziehe und mir bewusst bin, dass ich mir dadurch jetzt nicht unbedingt einen körperlichen Gefallen tue, ich aber Lust drauf habe, dann kann ich es ja trotzdem machen. Wenn man sich entscheidet, okay, ich gehe lieber in die Herz-Kreislauf-Problematik rein. Ich bin mir aber dessen bewusst, dann soll das warten. Wir sind ja völlig frei. Also das ist ja alles wunderbar. Aber es gibt halt Wege und Mittel, dass wir es uns halt viel leichter machen können, falls jemand daran interessiert ist. Vielleicht mit 60, 70, 80 auch noch locker durch die Hose atmen zu können. Genau. Was ist denn so Ihre Lieblings-Ernährungssünde? Ich meine, in Bayern gibt es so viele leckere Sachen. Leberkiss, Semmeln und Haxen und ich weiß nicht, Schnitzel. Ich bin eher ein würziger Typ. Ja. Ich bin eher ein würziger Typ, aber ich sage mal so, nachspeisendechnisch, so ein Kaiserschmarrn ist natürlich schon auch was Wunderbares. Eisdiele geht auch zwischendurch immer mal wieder. Also da habe ich... Sind das schon... Also beim Eis ist Herr Riegel ja immer nicht so begeistert. Das weiß ich, aber es ist mit Kaiserschmarrn und so schönen Röster dazu. Aber wir sprechen ja gerade von den Sünden. Also wir müssen einen Unterschied machen, ob man jetzt sagt, ich esse ein Eis und erhoffe mir davon, dass das ja... Vielleicht ist ja da noch ein bisschen Obst drin oder so. Ja, esse ich auch. Also ich esse ja auch Eis. Und ich esse ja auch Kaiserschmarrn. Also wenn ich nach Bayern oder Österreich komme, dann esse ich das. Aber ist das schon eine richtige Sünde, ein Kaiserschmarrn? Naja, also sagen wir mal, es gibt gesündere Varianten, weil das ist halt relativ gemüsearm, wenn man das mal so sagen will. Könnte man so sagen, ja. Ja, aber also das ist okay, weil wir brauchen keine 100% Erreichung bei gesunder Ernährung, sondern es sollte im Prinzip übers Jahr verteilt einfach gesund sein. Und solche Dinge, wie Thomas auch sagt gerade, die gehören einfach zur Lebensqualität. Es ist eben, wenn ich jetzt vor einer Prüfung oder einer Höchstleistung einfach ein paar Tage ein bisschen sumpfig esse, das ist natürlich nicht so empfehlenswert. Aber ja, das weiß man auch. Herr Müller, Sie haben ja auch gerade ein Kinderbuch, glaube ich, geschrieben, ein neues Kinderbuch. Und jetzt heißt es ja auch Kochen für kleine und große Champions. Die kleinen Jungs, die schauen ja auch zu so Fußballspielern wie Ihnen. Ja, wir haben festgestellt tatsächlich, also das ging ja so ein bisschen auch mit dem Hintergrund los, die Jungs ans Lesen zu bekommen. Ähnliches Thema. Jungs wollen nur, ja, halt vielleicht Rauffahrt ein und Action jeden Tag und lesen. Nee, Jungs, kleine Jungs wollen nicht gern lesen. Aber klar, vielleicht eine Geschichte über Fußball, die lesen sie vielleicht. Und das kam, zumindest das Feedback, das wir bekommen haben, das war so positiv, dass wir da dran geblieben sind. Die Eltern sind super dankbar. Die Jungs freuen sich, dass sie, also ich habe schon mit ein paar Kindern dann, die dann zum Autogramme, als Autogrammjäger zu mir gekommen sind. Ja, sie haben das Buch schon 17 Mal durchgelesen und so weiter und so fort. Und das motiviert einen natürlich, wenn dann die Leute auch da sind, die es gerne konsumieren und dann vielleicht auch da sich inspirieren lassen. Und deswegen war das auch so ein Ansporn, in diese Richtung auch nochmal zu gehen. Weil, ich sage mal, Kinder haben eben mehr Schwierigkeiten zu entscheiden, was ist jetzt gut und was ist nicht so gut für meinen Körper. Weil die wissen das ja vielleicht noch gar nicht so und können das noch gar nicht so einschätzen. Wenn man klein ist, dann geht man mal mehr nach dem Geschmack. Und da geht es jetzt eben auch darum, dass dann die Eltern sich halt schon was einfallen lassen müssen, das gute Zeug in den Speiseplan auch so ein bisschen unterzujubeln, zu verstecken und die Kinder am besten natürlich zu überzeugen, vielleicht auch solche Varianten zu kochen, wo es dann wirklich schmeckt. Aber wie gesagt, der Geschmack ist verschieden. Ich selbst habe auch viele Dinge, die als Kind vom Geschmack her nicht gemocht, die ich jetzt sehr, sehr gerne mag. Nehmen wir zum Beispiel mal die Walnuss. Die hat ja eine Hauch Bitterkeit. Zumindest hatte ich das damals den Eindruck als Kind und habe immer gesagt, oh, also bloß nicht. Wie gesagt, heute stehe ich in der Früh auf und das Erste, was ich mache, ich gehe in den Schrank, hole meinen Walnusstöschen raus und dann gibt es eine Handvoll. Genau. Und wunderbar. Genau, das ist das, was du gerade sagst, dass wenn man es in der Jugend nicht kennengelernt hat, dann kann man hinterher als Erwachsener, als junger Erwachsener nicht wieder darauf zurückkommen. Du musst es mal kennenlernen. Weil die Kinder, viele Eltern packen ihre Kinder auch so ein bisschen in Watte und dann höre ich von den Müttern, ja, nee, das mag er nicht. Ja, hast du es denn schon mal gegeben? Nee. Oder ich habe es einmal gegeben, da hat es das nicht gegessen. Es ist völlig normal, dass Kinder auch gerade bittere Sachen erstmal ablehnen. Das ist normal. Das ist übrigens das Grundprogramm, weil bitter könnte giftig sein und Kinder sollen halt nichts Giftiges essen, sonst sind sie tot. Das war damals die Realität im Wald. Und wenn ich das aber nicht immer mal wieder anbiete, dann lernen sie es gar nicht kennen. Und das, was wir ja auch jetzt mit diesem Kochbuch machen, wir erklären nicht nur, warum ist das so ganz toll, sondern wir haben auch zusammen eine Spaghetti Bolo gekocht. Und da geht es darum, dass wir in die, das ist ja so ein Publikumsliebling auch gerade bei Kindern, ne? Spaghetti Bolo. Aber wir haben sie jetzt, also das ist beliebt einmal und wir haben sie dann einfach gesünder variiert. Also mit Vollkorn, da kommen wir nachher noch, wir haben das Rezept auch noch mit. Und dann haben wir halt auch Linsen einfach mit reingemacht. Also das kann man mischen mit ein bisschen Hack oder Linsen und mit der Zeit macht man immer mehr Linsen rein und so gewöhnen sich die Kinder dran und das funktioniert. Und dann geben wir den Kindern nämlich ganz tolle Prägungen mit. Ganz nebenbei, was für die Kinder gut ist, ist auch für die Erwachsenen gut. Und das ist das, was wir beide eben damit auch umsetzen oder auch näher bringen wollen. So, dass langsam Gerichte Stück für Stück ein bisschen gesünder zu machen und die Kinder gewöhnen sich da dran. Das nennt sich übrigens mir Exposure-Effekt oder in diesem Fall ist es Flavor-Flavor-Learning. Das heißt, wir haben ein Gericht, das kennen die und wir machen jetzt ganz plötzlich einen neuen Geschmack rein, aber in kleiner Dosierung. Und das steigern wir dann. Da könnte man erstmal, wenn man sagt, ah, meine Kinder mögen keine Linsen, dann mache ich da erstmal ein bisschen rein und dann wissen die gar nicht, dass da Linsen drin waren. Und dann steigere ich die Linsendosis. So kann man sogar, so richtige Linsengegner auch. Und hinterher sagt man, du, da sind Linsen drin, wusstest du das gar nicht? Und dann essen sie das schon. Ja, wir hatten gerade. Das ist ein Beispiel, der früher Linseneintopf. Au, 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 au. Genau, genau. Der natürlich auch wieder optisch auch daherkommt. Ja, grau. Aber mittlerweile, also, ich hatte mal ein Erlebnis, meine Frau einen Schnitzel mit Pommes gegessen, mit einem Freund noch dazu und ich habe den Linseneintopf bestellt. Dann kamen da diese beiden Teller mit dem Schnitzel, war das herausgeschaut, wie wunderbar. Wie aus dem Bilderbuch. Mein grauer Linseneintopf. Aber geschmeckt hat er super. Also, ich mag mittlerweile den Linseneintopf sehr, sehr gerne. Also, wie du sagst, dieses Flavor, Flavor. Also, man muss sich auch rantrauen, sich an Geschmäcker eben zu gewöhnen. Ja. Weil es Sinn macht. Genau. Also, das ist das, worum es mir eigentlich geht. Jeder soll entscheiden, was für ihn Sinn macht. Und wenn es Sinn macht, dann wollen wir helfen, dass er durchziehen kann. Genau. Und das Ganze funktioniert eben nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Dass man sagt, also, ja, an sich, ich habe gar keine Erfahrung mit diesem oder jedem Gemüse oder und so, aber es ist echt, echt mega gesund. Und einfach mal ausprobieren und immer wieder ausprobieren. Wenn man das 20, 30 mal ausprobiert hat, dann, wie du auch sagtest, ne, du hast früher die Linsensuppe kennengelernt in einer Jugend, ja, so, war, so fraglich, ne. Aber später wieder da zurückgefunden. Und das ist es so. Die Kinder kriegen nach der Pubertät, da werden sie von den Peergroups abgeholt und dann haben sie die Werbung und dann essen sie erstmal ein paar Jahre schlecht. Und dann sage ich zu den Eltern immer, ganz ruhig, die fangen sich wieder, ja. Und wenn die Anfang 20 sind, dann kehren die ganz schnell da wieder zurück, die allermeisten zumindest. Aber sie müssen es mal kennengelernt haben und darauf kommt es uns eben auch an. Manchmal funktioniert... Ich glaube 15 und sie hat gesagt, der hätte die Pizza fast alleine aufgegessen, wenn sie ihn gelassen hätte. Er war total begeistert und eigentlich ein Geschmack, wo sie dachte, das isst er bestimmt nicht, aber er mochte es gleich beim ersten Mal. Also manchmal funktioniert es sofort und manchmal muss man einfach sehr Geduld haben. Genau. So Herr Müller, sie wollte... Warte, 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 dazu muss ich nochmal... Da muss man nur so sagen, liebe Omas, Tanten und Eltern, entscheidet nicht für eure Kinder, das mögen die nicht, sowas gleich, probiert es aus und überlasst das den Kindern selber. Aber Thomas, du wolltest noch was sagen. Ja genau, ich habe eine Frage natürlich, was vielleicht so der, aus deiner Sicht der größte Kniff ist, weil ich da gerade so ein bisschen auch drauf und dran bin oder weil ich das auch selbst aktuell sehr verfolge und das eben so ein bisschen auch spüre, dass mir das hilft und gerade das Thema satt werden und gut, es ist ja auch aktuell so ein bisschen modern, das Thema mit dem Eiweiß, aber vielleicht eben auch, dass wir in Deutschland oder ich kenne ja nur die deutsche Kultur genauer, dass wir halt schon dieses Verständnis vom Sattmachen ja eigentlich den Kohlehydraten zuschreiben und dass das eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe und das, was ich so weiß, dass das ja eigentlich ein Druckschluss ist. Genau, richtig. Dass uns ja eigentlich die Eiweiße, also dass der Fokus dessen, was wir selbst essen und auch anderen jetzt, wenn es um die Kinder geht, denen vorsetzen, damit sie satt werden und damit sie Kraft haben, dass das vielleicht die falsche Herangehensweise ist. Genau, genau, tatsächlich, das ist genau so. Also wir haben ja, also Kartoffeln, Reis und Nudeln gelten ja so als Sättigungsbeilage, ja. Das ist der alte Begriff. Den kann man tatsächlich getrost streichen, das ist Quatsch. Tatsächlich, was uns satt macht, ist Eiweiß und halt Magendehnung durch viel Gemüse. So, das sind die beiden Sattmacher und das Kartoffeln, Reis und Nudeln und Co., das sind eben die Energielieferanten, also das ist Brennstoff. So, und deshalb, das ist eigentlich wirklich kurz zusammengefasst, das, was ich als artgerechte Ernährung bezeichne, dass wer also Brennstoff braucht, weil er Sport macht, der braucht davon viel. Aber die Grundbedürfnisse sind eben des Körpers, die richtige Eiweißmenge und die richtige Gemüsemenge. Dann habe ich nämlich Nährstoffe, Makronährstoffe zusammen und dieses, die Kartoffeln, Reis und Nudeln, das ist Kür, das ist eine andere Pflicht. Das ist Kür, weil das ist mein Brennstoff und für dich, Thomas, ist es halt einfach, wenn du keine Kohlenhydrate gegessen hast, dann hast du nicht genug Kraft. Ja, ich mische das natürlich bei, aber eben für alle, die zuhören, vielleicht eben dann doch nochmal jetzt als tatsächliches Statement mit Ausrufezeichen, also etwas mehr darauf achten, dass genügend Eiweiß auf dem Teller ist, weil dann werden die Jungs und Mädels auch satt und ohne, dass da vielleicht so ein bisschen mehr im T-Shirt hängen bleibt. Genau, und die Eltern, die Eltern können ihr besser ihr Gewicht halten, weil das ist ja auch das Problem der Eltern. Also deshalb adressiert das Buch eben die ganze Familie, die Eltern, die ein Gewichtsproblem haben, die Jungs, die vielleicht großen Wert auf Muskelaufbau legen, die Mädels, dass sie auch nicht dick werden wollen, aber auch leistungsfähig, weil gesunde Ernährung, so wie wir das hier auch beschreiben, macht eben körperlich, geistig, leistungsfähig und übrigens auch Immuner gegenüber Infekten und das ist ja auch wichtig, also ein Sportler mit Infekten, das passt überhaupt nicht. Herr Müller, wollen Sie uns das Buch nochmal zeigen, weil das liegt ja dann bald in allen Buchhandlungen aus, nehme ich an, ab dem 7. Oktober. Absolut, ich bin auch gut zufrieden, Matthias, wir schauen eigentlich relativ gut aus drauf, muss man sagen. Ein bisschen höher, sonst sehen wir es nicht. Ja, das war, wir haben uns ja in München getroffen, genau, das Buch ist raus, oder kommt am 7. Oktober und wir haben uns ja in München getroffen und übrigens nochmal zu der Frage, da haben wir auch Eis gegessen und ein Espresso dazu, ne, am Ende. Absolut, ja. Das war unser erstes Treffen. Entspricht ja dem, dass man nicht akribisch sein muss. Genau, 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 also wir sind beide nicht die strengen Dogmatiker. Das ist schön, ja. Herr Müller, ich wünsche Ihnen viele Tore in der DFB jetzt, im DFB und mit, allen Trainern, die da kommen mögen, das weiß man ja vorher nie so genau. So viel kriege ich auch mit, als Nicht-Fußballinteressierte. Vielen Dank und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen inspirieren. Ja, macht das Beste draus. Thomas, ich drücke, und ich drücke dir die Daumen, Thomas, also dein letztes Tor war super, echt so ein kleines Ballgeplänkel und plötzlich war das drin und dann gegen die Franzosen. Ich wünsche dir, dass das so weitergeht und das hat mich riesig gefreut, weil ich habe, wenn ich jetzt Fußball gucke und ganz neu bin ich jetzt ja auch Bayern-München-Fan, ganz klar, dann freue ich mich immer, dich zu sehen und auch bei diesem Siegesfoto zum Schluss, da warst du da, Arme hochgerissen. Ich habe mich so mitgefreut. Ich finde das ganz toll. Vielleicht hilft es ja auch, das ist ja immer gut, wenn man dann nochmal so ein bisschen auch durch so ein Tor für Deutschland, vielleicht bringt es uns den einen oder anderen Leser mehr und wenn der dann das Ganze geschickt angeht, dann hat der vielleicht sogar noch einen Vorteil davon. Also vielleicht hat das Tor nicht nur an dem Tag was gebracht, sondern auch für manche Menschen in der Zukunft. Lassen wir es mal drauf ankommen. Genau, ein richtig erfolgreicher Fußballer, so wie Thomas Müller, der hat auch immer gut gegessen oder richtig gegessen und ich finde, das symbolisierst du so durch und durch und ich freue mich auch echt riesig. Das ist mir ein ganz wichtiges Buchprojekt mit dir und ich hoffe, es findet viele, viele, viele Leser in den deutschen Küchen. Das wünsche ich Ihnen beiden auch und viel Spaß auf der Wiesn und dann ganz ohne gesundes Essen. Ja, da werden wir nicht auf den gehen, wir haben viele Spiele. Das denke ich doch. Da müssen wir ein bisschen Maß halten. Ja, auf jeden Fall, aber auch mal einem Maß halten. Ja, genau. Achtung, Wortspiel. Tschüss nach München, herzlichen Dank, Herr Müller. Tschüss Thomas, alles Gute, ich drücke die Daumen. Danke. Ja, das war ja mal was, oder? So ein Champion, auch wenn ich ja gar keine Ahnung von Fußball habe, ein bisschen habe ich mich ja schon eingelesen, außer wenn man mit drei Männern quasi im Haushalt, nee, zwei sind nicht mehr da, aber dann kriegt man ja zwangsläufig ein bisschen Fußball mit. Das geht gar nicht ohne, ne? Und als Mensch fand ich ihn jetzt sehr, sehr angenehm, hab mich sehr gefreut. Ich auch, ich hab ihn ja, ich hab Thomas ja, klar, ich hab Thomas auch nicht getroffen und ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, aber ich war von Minute zu Minute immer mehr von ihm begeistert. A, ist er ein Megastar, der keine Allüren hat, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet und wenn ich da sehe, wir waren ja da im Restaurant dort beim Stadion und mit Seelenruhe unterschreibt da und macht Autogramme. Aber das, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ist so volksnah, so wirklich auf der Erde geblieben und auch von seiner Ernährung und seiner Auffassung davon, ich war so begeistert. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt und dann dachte ich, Mensch, super, das ist genau das, was wir brauchen. Und was wir zusammen eben auch wollen, das muss ich nochmal sagen, ist, der Zeitgeist ist ja so, der Zeitgeist ist änderbar. Wir haben ja noch einen Zeitgeist, da wurden ja Veganer belächelt und beschimpft, das ist vorbei. Der Zeitgeist hat sich geändert, es ist immer pflanzliche Ernährung, ist populärer geworden. Und was wir jetzt auch wollen, Thomas und ich, ist, den Zeitgeist noch ein bisschen zu pushen, ja, dass wir auch zeigen wollen, Leute, richtig top seid ihr nur, wenn ihr euch auch richtig ernährt. Und das muss man pushen, weil wir den Zeitgeist kann man langsam kommen lassen, aber wir haben keine Zeit, den Zeitgeist kommen zu lassen, weil mittlerweile die Leute immer kranker werden durch die falsche Ernährung. Und das wollen wir ändern. Ja. Ja, toll war das. Ich habe mich auch gefreut. Ist ja ein viel beschäftigter Mann, seit er wieder in der Nationalmannschaft ist. Wahnsinn, ja. Und ich liebe die Technik, die das dann möglich macht, dass man sich dann auch trotzdem hier treffen kann, quasi im halb virtuellen Raum. Sprechstunde beim Ernährungs-Doc. Jetzt muss ich aber nochmal, wir haben ja wieder ganz viel Post gekriegt und wieder kann ich nur um Geduld bitten, dass wir einfach nicht alle Fragen so schnell beantworten können. Aber eine, die sich auf den letzten Podcast zum Alkohol bezieht, der unglaublich viel gehört wird und das freut mich auch sehr, weil es war das Thema Alkohol. Und da kam noch eine Frage von Marc und er sagte nämlich, eine Frage ist offen geblieben. Und zwar wird in seinem Freundeskreis immer wieder diskutiert, was gesünder ist, ob man jeden Tag einen halben Liter Bier trinkt oder einmal die Woche gleich alle sieben Bier auf dem Mal. Nun erinnere ich mich, dass Sie gesagt haben, zwei abstinente Tage pro Woche sind auf jeden Fall notwendig. Insofern mit sieben mal einen halben Liter haut das nicht hin. Aber Marc hat jetzt in einem Podcast gehört, dass es eben besser sei, sich einmal zum Beispiel am Wochenende so richtig die Kante zu geben und dafür die Woche über abstinent zu leben. Und er würde gerne wissen, was Sie davon halten. Ja, also über diese Frage muss ich richtig nachdenken. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also wer jeden Tag einen halben Liter Bier trinkt, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit damit zum Alkoholiker. Der wird seine Leber schädigen und das bleibt nicht ohne Folgen. Wenn man dann noch viel schlechtes Fett und viel Zucker isst, dann ist sogar auch mindestens aber die Fettleber garantiert mit allen Konsequenzen. Ja, Leberzirrhose später, Leberkrebs und so weiter. Wenn man das jetzt einmal am Wochenende macht und 3,5 Liter Bier isst, also siebeneinhalb Liter, isst eine ganze Menge. Und eigentlich muss man sagen, ist es fast gehupft wie gesprungen. Auch da besteht ein hohes Risiko, abhängig zu werden. Wahrscheinlich etwas geringer als mit dem täglichen Konsum. Von beidem rate ich dringend ab, weil das die Leber schädigt, weil es die Krebswahrscheinlichkeit erhöht, ganz allgemein. Und also wahrscheinlich ist die Variante mit einmal pro Woche besser als die tägliche, aber mir graut bei beidem. Also das jetzt auch noch abwägen zu wollen. Also nicht siebeneinhalb Liter am Samstagabend oder am Freitagabend, keine gute Idee. Bitte nicht, ich überlege jetzt das gerade mal für mich, das sind ja dreieinhalb Liter. Da muss man ganz schön einen langen Abend haben, glaube ich. Ich muss auch sagen, da ist die Leber doll in Übung. Wenn ich anderthalb Liter Bier trinken würde, wäre ich betrunken. Bei zwei richtig, bei zweieinhalb noch mehr und bei drei, also für mich ist es fast schon eine Alkoholvergiftung. Aber das heißt, also hier ist die Leber auch im Training und das ist nicht gut, wenn die Leber so im Training ist. Also wegen Alkohol. Ja, Training ist die Überleitung zu Thomas und seiner Frage, der uns geschrieben hat. Er nimmt sich jeden Morgen Zeit für ein bis anderthalb Stunden Sport vor der Arbeit, hauptsächlich Kraftsport. Er macht Intervallfasten, isst also abends meistens um 20 Uhr die letzte Mahlzeit und am nächsten Tag erst wieder mittags. Und Sie haben wohl mal gesagt, nach dem Kraftsport sei es günstig Eiweiß aufzunehmen. Denn andererseits muss er ja dann warten bis mittags, weil er ja nach dem Sport morgens nicht isst. Wie soll er sich verhalten? Also soll er lieber dann das Intervallfasten quasi aufgeben, um das Eiweiß unmittelbar nach dem Sport zu essen? Und die Option beim Intervallfasten, stattdessen die Abendmahlzeit wegzulassen und die von morgens zu frühstücken, würde zwar das Problem lösen und kommt für ihn aber nicht in Frage, sagt er, weil er beruflich erst abends zur Ruhe kommt und das Abendessen quasi so zum Runterkommen hat. Also Thomas, wichtig ist das, was man erreichen will. Steht der Muskelaufbau im Vordergrund, würde ich eher im Zusammenhang mit dem Sport Eiweiß zu mir nehmen. Steht aber die anti-entzündliche und gewichtsregulierende Wirkung des Intervallfastens im Vordergrund, dann würde ich auf Eiweiß direkt eben nach dem Sport verzichten, weil, kleine Trostnachricht, es spielt eben nicht nur die Eiweißaufnahme an, also nach dem Sport eine Rolle, sondern die ganze Eiweißaufnahme in den 24 Stunden danach, das heißt an dem Tag. Und dabei ist es dann wichtig, auch dass wir schlafen, in der Nacht wird dann auch der Muskelaufbau gefördert. Also es kommt darauf an, was ich betonen will, Muskelaufbau oder anti-entzündliche und gewichtsregulierende Wirkung des Intervallfastens. Wir haben vorhin im Gespräch mit Thomas Müller ja schon mal über so ein Lieblingsrezept, wie man sozusagen den Kindern auch mal die Spaghetti mit etwas gesünderer Bolo unterjubeln kann. Und das Rezept haben sie uns auch mitgebracht. Genau, genau. Also Spaghetti Bolo braucht man, glaube ich, Kindern gar nicht näher zu bringen. Das essen die gerne. Manche aber auch leider in der Variante Spaghetti mit Ketchup drauf. Also barbarische Spaghetti. Und wir haben in der Champions-Küche, Kochen für große und kleine Champions-Küche, eben verschiedener solcher Gerichte, die Kinder mögen, auch in den Familien total beliebt sind. Und eine ist eben die Spaghetti Bolo. Das Besondere dabei ist, dass wir den Ballaststoffmangel eben hier mit Vollkorn-Spaghetti ausgleichen. Das ist also eine Variante. Hier kann man sich eine Spaghetti-Variante aussuchen, die gut schmeckt. Es gibt welche, die schmecken schlechter, andere schmecken besser. Und da muss man seine Lieblings-Vollkorn-Spaghetti raussuchen, wenn man mal eine gehabt hat, die nicht so gut geschmeckt hat. Keine Sorge, weiter ausprobieren. Dann eben haben wir Linsen dabei, braune Linsen, Zwiebeln, Knoblauchzehen, wie man es kennt, Möhren, Paprikaschote. Da hat man also schon mal eine ganze Menge Gemüse mit dabei für die Soße. Und wer jetzt sagt, okay, Linsen will ich jetzt am Anfang ein bisschen langsamer starten, dann nimmt eben weniger Linsen, nimmt noch ein bisschen Hack mit rein. Aber am Ende kann man das auch für vier Personen mit 250 Gramm Linsen machen. Eine tolle Bolognese mit Tomaten. Das ist also eine richtige, richtig gute Gemüse-Mahlzeit. Wenn ich das mal zusammenfasse, dann bin ich schon mit dieser Spaghetti-Bolognese, bin ich schon mit 300 Gramm Gemüse bei diesem Essen dabei. Das noch mit einem super Push an Vollkorn. Also das ist super. Und das Gericht hier hat 40 Gramm Eiweiß. Also wer Muskeln aufbauen will, der ist damit super bedient auch. Und 40 Gramm, das wäre jetzt für einen 70-Kilo-Menschen schon fast die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte des Bedarfs von einem Sportler ist. Also das baut Muskeln auf, die Eiweißmenge macht satt, das Ganze erfüllt die Gemüsemenge, die wir brauchen, schon bei über der Hälfte. Und ist ein super Tipp. Und ich rechne mal damit, dass viele sagen werden, Mensch, diese Bolo schmeckt noch viel besser als die alte, wie vorhin mit der Pizza, mit der Bohnenpizza sozusagen. Und damit sind wir einen Schritt weiter für körperliche, geistige Leistung. Und das tut auch dem Immunsystem viel Gutes. Deshalb meine Empfehlung, Spaghetti mit Linsenbolo mal ausprobieren. Vielleicht wird das der neue Hit in der Familie. Ja, auf jeden Fall kochen wird jetzt eh draußen schon früh dunkel. Und Thomas kann dann auch abends einfach sich gemütliche Linsenbolo machen und hat dann sowohl sein Eiweiß als auch sein Gemüse und hat dann alles, was er braucht. Ja, war wieder großartig. Herr Dr. Riedl, herzlichen Dank. Danke, hört uns zu, hört alte Folgen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören und zu sehen auf YouTube und freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen wieder. Gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen.